So, es geht munter weiter. Da wir ja hier so viele Leute haben, die das erste Mal da sind, dachte ich mir, fange ich nochmal von vorne an. Jetzt sehe ich natürlich wieder ganz viele bekannte Gesichter. Was wollt ihr hier eigentlich? Und einfach mal knapp vorstellen, wie das Podlove-Universum sich derzeit abzeichnet. Ihr wisst schon, Podlove ist das einzige Projekt, was noch nicht von Ultraschall aufgefressen wurde. Ja, wobei man auch sagen kann, Podlove ist ja mal angetreten, um das mit dem Podcasting mal einfach zu machen, weil es macht ja sonst keiner was. Es ist in gewisser Hinsicht sehr beruhigend zu sehen, dass jetzt wirklich so eine ganze Menge passiert. Das, was Ben da jetzt gerade vorgestellt hat, Podgy, das sind so Ideen, die wir vor drei Jahren uns im Prinzip auf einen Zettel geschrieben haben und heiß diskutiert haben. Teilweise auch schon versucht haben zu erreichen. Allerdings, wie das bei Open Source immer so ist, es gibt auch eine Menge Fail, da komme ich auch gleich noch dazu. Aber vielleicht erstmal ganz vorne anfangen. Also ich will jetzt euch nicht mit Geschichte nerven. Wir sind halt irgendwann mal auf die Idee gekommen, mal was zu tun. Und das größte Problem war halt, eine Publishing-Plattform zu finden, mit der man Podcasts überhaupt erstmal halbwegs geordnet ins Netz bringen kann. Was haben wir mit dem Podlove-Publisher gemacht? Der Podlove-Publisher ist eine Lösung für WordPress, ist halt ein Plugin und Hintergrund ist, dass man eben self-hosted unterwegs sein will. Das ist kein Hosting-Ansatz. Es gab ja schon so einige Podcast-Hoster, die damals auch schon so zumindest in den USA eine gewisse Popularität hatten, Libsyn und so weiter. Nur wenn man sich auch heute noch in deren Backends einloggt, rauscht mir immer noch ein kalter Schauber in den Rücken. Ich verstehe nicht, wie man damit arbeiten kann. Aber egal. Braucht uns nicht zu interessieren. Das ist halt gedacht einerseits so für... Warte mal, was habe ich jetzt hier? Fuck. Was ist denn das hier? Fuck. Geh weg. Hör mal einmal deine Slides nicht richtig. Was ist denn das hier? Geh weg. Spoiler. Fuck. So, dann jetzt. Ah, verstehe. Okay, ich habe es mal wieder alles falsch eingestellt. Läuft ja super. Also, Zielgruppe war von vornherein sogenannte High-End-Podcaster. Podcasterinnen und solche, die es werden wollen. Das Ganze ist Open Source, ist BSD-lizenziert. Sozusagen, äh, no strings attached. Finden wir gut. Und ist halbwegs ein modulares System schon immer gewesen von Anfang an. Das heißt, man kann das ganz gut erweitern, auch wenn das jetzt nicht unbedingt täglich stattfindet. So oder so ist es halt, äh, auch WordPress-Network-fähig. Das heißt, man kann damit eben auch gleich eine Installation machen, äh, die mehrere Podcasts, beziehungsweise mehrere Blogs ausliefert. Das nutze ich zum Beispiel bei der Meta-Ebene sehr extensiv. Ja, und das, äh, ist der, der Publisher im Überblick. Die wichtigsten, äh, Features des Publishers sind ganz klar, ähm, überhaupt erstmal, äh, die Slides in der richtigen Reihenfolge abzustimmen. Ein bisschen ist hier alles, ja, ich bin total verwirrt hier. So, nochmal zurück hier, was soll denn das? Also, es geht darum, überhaupt erstmal Metadaten, das Konzept Metadaten mal so richtig umzusetzen, weil das, 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 das ist halt wichtig, ähm, hatten wir ja auch gerade, nicht Präsenz im Netz mit Audio, heißt halt, man muss sich irgendwie relativ gut beschreiben. Mit den Transkriptionen wird sich das in gewisser Hinsicht jetzt auch nochmal, äh, komplett neu aufstellen. Aber, ähm, ich denke, der initiale Erfolg des Publishers hing auch da dran, dass wir eben von vornherein das Ganze mit Kapitelmarken gedacht haben und mit dem Webplayer, der gleich dabei war, da auch schon mal so einen, so einen Punkt gesetzt haben. Und es ist auch ganz interessant zu sehen, wie so die Öffentlichkeit, also so die Netzöffentlichkeit auf solche Sachen reagiert. Ist noch nicht so lange her, da haben halt alle immer alle gesagt, so, ach ja, Kapitelmarken, so die Leute, die es erzeugen müssen, man so, ah, viel zu kompliziert, viel zu schwer. Ja, und, äh, auch die Hörerinnen konnten sich immer nicht so richtig vorstellen, ob man denn das nur wirklich braucht. Mittlerweile, äh, kann man sich das irgendwie gar nicht mehr wegdenken. Also, ich hab es auch selber so dermaßen in meinem eigenen Workflow internalisiert, dass es für mich überhaupt gar kein Podcast mehr ist, wenn er keine Kapitelmarken hat. Dann haben wir irgendwann, äh, Analytics eingeführt, also die Möglichkeit, äh, halbwegs verlässlich zu tracken, was denn nun tatsächlich eigentlich im Downloadbereich stattfindet. Ähm, das ist in WordPress, äh, ein Vor- und Nachteil, weil wir machen halt eine Frontend, äh, Analyse versus einer Backend-Analyse. Die Sichtweisen darüber, was denn nun genau ein Download ist, ist, äh, einfach nicht standardisiert, ja, das ist auch ein Problem. Das würden wir auch ganz gerne mal ändern, dass man da vielleicht mal halbwegs verlässliche, ähm, Standards, vielleicht ein hohes Wort, aber so ein paar Leitlinien mal festschreibt, äh, worauf man sich einigt. Was, was sind denn nun, äh, die Betrachtungsgrößen? Wie geht man denn mit bestimmten User-Agents um? Wie geht man mit, äh, Redownload-Verhalten rum? Was sind so die Timeouts, ab denen man irgendwas als doppelt oder, äh, nicht doppelt ansieht, et cetera? Ist alles nicht so einfach. Templates haben wir, äh, eingebaut. Das ist quasi nochmal so eine eigene Programmiersprache innerhalb des Systems, um sich das alles, äh, schön zu machen. Und dann gibt es noch so zahlreiche Module, mit denen man eben verschiedene andere Dienste und Integrationen, äh, vornehmen kann. Vielleicht nochmal was zu diesen Metadaten. Also wir haben von vornherein uns extrem viel Mühe gegeben, die Feeds ordentlich zu machen. Rich Feeds, das heißt, in den Feeds soll möglichst alles drinstehen. Und, ähm, man muss auch dazu sagen, Podlove ist jetzt nicht nur so ein Tool, Podlove ist auch sehr politisch. Also wir versuchen sozusagen da auch so eine, äh, ich will jetzt nicht Netzpolitik sagen, äh, wir versuchen sozusagen es bestmöglich zu tun, so, so, um, 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 um einfach auch so ein bisschen so ein Vorbild zu sein und darauf zeigen zu können, hier so, hör mal, so kann es sein. Weil, äh, weil, äh, das Ganze, die ganze Podcasting-Infrastruktur an sich hängt eben sehr davon ab, dass man, ähm, ja, zu, zuverlässige, äh, Aussagen treffen kann über wie sich Clients verhalten gegenüber Podcasts und umgekehrt. Und das ist halt sehr schwierig, wenn eben so viele schlechte Beispiele da draußen sind und am Ende keiner weiß, wie man es richtig macht. Also wir wollen sozusagen da auch immer den Schönheitswettbewerb, äh, gewinnen. Sollte irgendjemand von euch, äh, einen Hinweis haben, wo wir da quasi noch eine, äh, schadthafte Stelle haben, das sind so Dinge, auf die wir dann auch sofort draufspringen. Da gehören dann auch so kleine Details dazu, dass man eben auch wirklich sehr, äh, kleinlich ist bei Beschreibungen, so, solche, solche, solche Tripe wie, es gibt immer einen Titel und die Möglichkeit, dem einen Untertitel zu geben und eine Beschreibung oder eine Zusammenfassung vielmehr. Ja, das sind so Sachen, die wir durchgehend durchgezogen haben und sehr ernst nehmen. Einfach im Hinblick darauf, dass, äh, diese Ausspielung von Podcasts, also die Präsentation von Podcasts eben an sehr vielen unterschiedlichen Orten stattfinden kann. Es ist ja nicht nur das Smartphone. Es ist auch, äh, vielleicht ein kleines Internetradio mit einer langen Zeile Display und mehr nicht in der Küche. Es ist, äh, unter Umständen auch nur ein kleiner Eintrag in einer Liste, in einem Verzeichnis. Aber wenn man draufklickt, dann will man ja noch mehr sehen und dann will man eben auch so eine kaskadierte Präsentation haben. Und das sind alles solche Überlegungen, die damit, äh, einfließen. Dann haben wir irgendwann das Kontributorenmodell eingebaut, also die Möglichkeit, auch Personen sichtbar zu machen, was ich persönlich immer noch sehr wichtig finde, dass man eben, äh, in so einem persönlichen Medium auch eben die Person wirklich mal sichtbar machen kann. Was so ganz nebenbei noch den Vorteil hat, dass man vielleicht auch mal selber ein bisschen Überblick über seine Gäste, äh, oder das, äh, Verhalten des eigenen Teams bekommt. Naja, dann so das Übliche. Man kann halt, äh, die Lizenzen, die man verwendet, genau, äh, definieren. Man kann das, ähm, äh, Verhalten gegenüber Podcast-Verzeichnissen, soweit die das, äh, selber ermöglichen, äh, sicherstellen. Äh, Flatter-Integration und, äh, so eine Sachen haben wir da halt vorgenommen. Kapitelmarken waren relativ, äh, wichtig. Das geht dann auch noch einher mit einer Standardisierung, äh, in dem Feed selber. Das überrascht mich ehrlich gesagt so ein bisschen, dass das noch nicht mehr Traktion bekommen hat. Ist auch ein bisschen enttäuschend manchmal, weil ich finde, die Auslieferung von Metadaten im Feed ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Äh, da bemühen sich so viele, äh, äh, Programmierer, diese Informationen in die Mediendateien selber reinzubekommen. Und, äh, hier frag mal, frag mal Georg, was das, was das für ein, äh, unglaublicher Krampf ist, das irgendwie so hinzubekommen. Es ist derzeit faktisch kaum möglich, äh, außer vielleicht in MP3, so, äh, alle, alle Devices mit Kapitelmarken zu versorgen. Also da gibt's so die Apple-Welt, die will eigentlich nur in dem MP4-Universum sein. Derzeit muss ich mich entscheiden, hab ich auf dem iPhone Kapitelmarken, ja, die da, äh, auch erscheinen. Äh, oder spielt auch noch so ein altes, äh, auch so ein alter iPod-Shuffle meine, meine, äh, Files ab. Geht halt nicht, weil da hat sich dann so viel geändert, ist alles irgendwie undokumentiert. Vollkommen unerklärlich, warum man sowas Einfaches wie 10 Zeilen Text mit einer Zeitmarke nicht einfach in Text, äh, irgendwo hinschreiben kann und dann war's das. Äh, zumal man dann eben die Kapitelmarken ja auch schon verfügbar hat, bevor man irgendwas runterlädt. Also es könnte alles so einfach sein, aber manchmal ist die Welt einfach schwierig. Bin auch ein bisschen frustriert, glaub ich. Naja, ähm, wir haben das in den Webplayer, äh, reingebaut. Wir hoffen auch, dass wir im Publisher demnächst ein neues User-Interface, äh, dafür haben, damit so der ganze Umgang mit den Kapitelmarken auch noch ein bisschen einfacher ist. Noch ein paar Worte hier zu den Analytics, das sind halt Frontend-Statistics, das heißt, wir, ähm, geben, wenn das eingeschaltet ist, URLs raus und in dem Moment, wo ein Download stattfindet, äh, wird das quasi über ein Redirect gesendet. Das heißt, wir kriegen den initialen Request und sagen, okay, danke, äh, für die Anfrage, aber du musst jetzt, äh, dahin gehen und zählen dann sozusagen mit. Das hat quasi den Vorteil, dass wir, äh, nur einmal gesagt bekommen, jetzt soll ein Download stattfinden. Es hat aber den Nachteil, dass wir den Download als solchen überhaupt nicht sehen, weil der findet quasi woanders statt, das, das macht der Publisher, äh, nicht. Das wird, wie gesagt, alles Vor- und Nachteile, ähm, wir glauben, dass wir ganz brauchbare, ähm, Zahlen schon generieren können. Wie gesagt, es mangelt da so ein bisschen am Standard. Wir machen also zahlreiche Normalisierungen über die Zeit, äh, äh, schauen uns die, äh, User-Agents natürlich an, also die, quasi die Kennung der Programme, die da kommen, haben mittlerweile auch ein ganz brauchbares Verzeichnis von Podcast-Clients, äh, auch da wäre mal so eine Sammelbox ganz, äh, hilfreich, damit man das mal vereinheitlicht bekommt. Und, äh, und, äh, Scam-Filter. Also, neulich sind wir da mal so durchgegangen, was denn da noch so alles kommt und durften halt feststellen, dass eben auch solche Download-Anfragen voll sind mit irgendwelchen SQL-Injection-Security, äh, Klim-Bim, ja, also um sozusagen auch noch die Web-Server an der letzten Stelle irgendwie ins Boxhorn zu jagen und, äh, wir haben halt festgestellt, dass wir teilweise sowas auch als Download gezählt haben. Machen wir alles nicht. Äh, demnächst wird es halt auch noch ein Update geben für die Analytics, sag ich gleich was dazu. Äh, stellt euch schon mal auf niedrigere Download-Zahlen ein. Genau, dann dazu haben wir noch so eine interaktive Analyse-Funktion in Stundenauflösung. Da kann man also wirklich mega detailliert mal, äh, reingehen, wenn man so ein bisschen verstehen will, wie das denn eigentlich alles, äh, so ist und zusammenhängt. So sieht das hier im Überblick aus. Das ist jetzt hier schon von der neuen Version, die jetzt, äh, gerade als Beta-Version veröffentlicht wurde. Äh, wir haben das so ein bisschen, äh, umgebaut, um einfach, äh, eine bessere Vergleichbarkeit der Sendungen zu haben. Das heißt, so von rechts nach links liest sich das quasi erstmal so im Tagesabstand, dann im Wochen-, mehr Wochenabstand bis zum, äh, Jahresschritt. Also man hat sozusagen eine Tabelle, in der mehr oder weniger alle Zahlen direkt vergleichbar sein sollten über diese Episoden. Da kann man sicherlich noch eine ganze Menge mehr machen. Wir haben aber derzeit noch mit ein paar anderen Baustellen, äh, zu kämpfen, weil es einfach, äh, enorme Datenmengen sind, die da zusammenkommen. Also gerade bei etwas populäreren Podcasts, da passiert dann doch schon eine ganze Menge und da ist so ein kleines WordPress doch ganz schön am Jauchzen. Hier nochmal so ein Blick auf die Detailauswertung. Da kann man also wirklich schön interaktiv reingehen, sich genau die Zeiträume, äh, zusammenschieben und sich die Aspekte, die man angucken will, mal machen. Aber da kann man ganz gut verstehen, welche Formate gehen, welche, äh, Player kommen denn hier zum Einsatz? Wird das irgendwie über den Feed runtergeladen? Dann findet das auf der Webseite statt, äh, welche Datenformate werden tatsächlich genommen? Welche Podcast-Clients sind hier in der Mehrheit etc. pp. Ja, vielleicht noch ein Wort zu den, äh, Templates. Die Podlove-Templates, das ist quasi nochmal so eine Sprache innerhalb des Systems, ähm, basiert auf Twig. Das ist so eine kleine Erweiterung für PHP, die ist jetzt nicht, äh, spezifisch auf den Publisher zugeschnitten. Zugeschnitten ist es nur insofern, als dass wir die gesamte Funktionalität des Publishers in diese Sprache quasi über unsere interne API abbilden. Also die gesamte Funktionalität hat eine interne API und die kann man quasi direkt über dieses Template auslösen. Das ist jetzt nichts für den normalen Nutzer. Wir hatten die Hoffnung, die ist nur teilweise erfüllt worden bisher, dass Leute sich halt dieser Sprache annehmen und dann eben schöne Lösungen machen, schöne Übersichten etc. Da gibt es so manches, aber, äh, die große Welle ist da noch nicht ausgebrochen. Wer Lust hat, sich da zu betätigen, ist herzlich eingeladen, da mit uns zu sprechen. Man kann aber sehr schöne Archivseiten damit machen, Teilnehmerübersichten und vor allem, man kann sich dann halt im Zweifelsfall eben den Look auch so genauso machen, wie es einem gefällt, ne. Irgendwann, wenn da mal genug eingegangen ist, machen wir vielleicht auch mal so eine kleine Galerie. Derzeit gibt es ein paar Beispiele auf GitHub, das war's. Wir haben im Publisher so einen Editor, wo man eben das direkt so machen kann. Also im Wesentlichen ist das so ein bisschen HTML und immer wenn so die geschweiften Klammern kommen, dann fängt diese Twig-Sprache an. Und ihr seht schon, man kann dann relativ einfach auf bestimmte Dinge zugreifen, so Bilder einblenden oder Titel und Untertitel oder Kommentare. Namen von Personen etc. mit ein, zwei Identifiern da einbinden. Also wer so halbwegs mit Programmiersprachen schon mal Kontakt gehabt hat, sollte damit nicht große Probleme haben. Wer mit Programmiern nichts am Hut hat, der braucht sich auch da nicht drum zu kümmern, weil die meiste Funktionalität schon fertig gepackt in fertigen Templates drinsteckt, die man einfach nur aufrufen muss. Ja, dieser Slide war zweimal drin. Mein Gott, sind meine Slides gut so gesortiert. Module, genau. Wir haben da noch dieses Modulsystem. Da sind dann halt so selten benötigte Features drin. Die kann man dann halt auch abschalten, beziehungsweise sind von vornherein gar nicht eingeschaltet, sodass man sie erstmal dazu schalten muss. Einfach um die Komplexität des Systems im Rahmen zu halten. Und es gibt dann halt die Möglichkeit, darüber halt auch so externe Dienste zu machen. Das fluriert so halbwegs. Wir haben da so eine halbwegs brauchbare Integration von Auphonic mit drin, die ein bisschen zu wünschen übrig lässt, weil da so viel passiert ist in der letzten Zeit, wo wir nicht hinterhergekommen sind. So BitLoft-Distribution, also so BitTorrent-Distribution, solche Sachen haben wir darüber gemacht. Oder eben jetzt jüngst in der neuesten Version kommt dann halt die Unterstützung dafür, dass man eben seine Einträge im Podcast-Verzeichnis-Feed auch claimen kann. Dass man sozusagen beweisen kann, dass einem der Podcast gehört, damit man dann dort in diesem Verzeichnis auch bearbeiten kann. Ich kann das mal so ein bisschen kurz zeigen, ohne hier zu sehr ins Detail zu gehen. Toller Effekt. Wie komme ich jetzt hier da drauf? Ah, das geht nicht, wenn Keynote an ist. Das hier ist so das Backend, wie ich das verwende. Da ist sozusagen die komplette Meta-Ebene drin. Da hat man eben hier die ganzen Podcasts im Überblick. Hier gibt es dann für jeden Podcast so ein eigenes Dashboard. Der Beamer ist jetzt ein bisschen sehr weit aufgerissen, deswegen sieht man hier vielleicht nicht jedes Detail. Ich mache es mal ein bisschen größer. Da sind so ein paar kleine Lustigkeiten drin, wo man dann hier gleich sehen kann, wie sehr man darin versagt hat, mal Frauen in den Podcast zu integrieren. Hier sind so die Analytics versteckt. Das heißt, hier kann ich dann eben über alle Sendungen rüber gehen, mir die Zahlen mal schnell anschauen und wenn ich dann halt mal so ein bisschen besser verstehen will, was denn jetzt hier eigentlich passiert, dann habe ich halt hier die Möglichkeit zu sagen, ja okay, wie sieht denn das aus? Was ist denn unter Android? Dann klicke ich hier drauf und dann sehe ich so, ah okay, da läuft viel über den Feed und wenig über den Webplayer. Und was ist, wenn ich mir das Ganze auf dem Mac anschaue? Ah okay, da kommen schon mehr Webplayer mit rein. Und dann sieht man auch gleich die Clients, die zum Einsatz kommen, ändern sich. Man versteht also so ein bisschen so, welche Programme überhaupt zum Einsatz kommen. Wie ist das dann bei iOS? Ah okay. Nicht immer erhält man genug Informationen aus dem Web von den ganzen Programmen, um das hier auch wirklich plastisch darstellen zu können. Aber wir bemühen uns zumindest das halbwegs gut zu machen. Also die Episoden, wenn man sie halt veröffentlicht, erscheinen hier in so einem eigenen Dingsi und da sieht man, dass bei der Veröffentlichung, hier fehlt so ein bisschen das Grau, was hier die einzelnen Dinger macht, nicht? Hier diese typische Kombination, Titel, Untertitel, Zusammenfassung. Wir haben die Möglichkeit, Bezüge zwischen Episoden zu machen. Hier das Contributor-Interface, was eben sehr flexibel ermöglicht, zusammenzufassen, wer hier eigentlich, woran eine Beteiligung gehabt hat, etc. Hier das Interface für die Integration bei Auphonic, wo ich halt schnell auf meine ganzen Jobs dort zugreifen kann und auch direkt aus dem WordPress heraus Dinge hochladen und durchrechnen lassen kann. Und dann halt auch immer so ein flexibles Interface, wo ich hier sehen kann, ah, okay, hier wird nicht nur auf irgendwelche Dateien verwiesen, sondern die gibt es auch. Die werden regelmäßig überprüft und wenn sie fehlen, kann man das dann halt auch gleich sehen. Jo, ich gehe mal hier wieder zurück, weil so viel Zeit ist ja nur auch nicht. Jetzt gibt es die 2.4 Beta, die ist jetzt gerade kurz vor der Subscribe veröffentlicht worden. Warum Beta? Das ist jetzt wirklich mal wieder so ein Release ohne Features, so ein schönes Maintenance-Release. Wir haben einiges im Hintergrund ändern müssen, das heißt, nur wenn ihr jetzt wirklich Probleme habt oder immer an der blutigen Kante gerne entlang surft, dann könnt ihr euch das installieren. Das kommt jetzt nicht als normales Update rein, sondern da muss man so ein Beta-Plugin installieren, aber das ist auch so die Möglichkeit, überhaupt an so einem Beta-Zyklus teilzunehmen. Die Meta-Ebene fährt zum Beispiel immer die Beta, also ich bin immer sozusagen das erste Opfer, wenn was schief geht. Meta-Ebene died for your sins und das aktualisiert sich halt direkt über GitHub. Also das ist sozusagen sehr schön für die Entwickler, da wird halt einfach was in irgendeine Testbranche eingecheckt und dann kriege ich automatisch im WordPress so hier, das Plugin hat sich aktualisiert und kann das mit einem Klick über den normalen Upgrade-Pfad machen. Da muss man nur einmal manuell was installieren und danach nicht mehr. Also da sind jetzt ein paar dieser Überarbeitungen in den Analytics mit drin, aber vor allem ist der ganze Hintergrundbereich, dieses ganze Processing, dieses ganze Aufbereiten der Log-Files, das ist komplett überarbeitet worden, weil es ging irgendwie alles gar nicht mehr, weil WordPress und PHP, das ist irgendwie alles ganz furchtbar und das will man eigentlich nicht und ich hoffe, wir werden irgendwann nochmal diese Technologie überwinden können. Was ich auch nochmal erwähnen muss, ist einfach, dass wir auch die Option haben, Professional Support, das heißt, man kann einfach sagen, ich möchte jetzt hier für 39 Euro im Jahr einfach mal Support bekommen und das hat den Vorteil, dass wenn ihr wirklich in irgendein Problem lauft, das muss ja nicht unbedingt ein Problem sein, was jetzt konkret vom Publisher ausgelöst wurde, sondern ein Problem, was einfach durch die Bedingungen bei dem Hoster, durch irgendwelche Vorkommnisse oder Fehlbedienungen oder verpeiltes Einspielen von Backups oder so hervorgerufen wurde, dass man eben dann direkt von Erik unmittelbar Support bekommt, Konfigurationsprobleme beheben kann, einfach spezielle Setup-Fragen oder Template-Probleme darüber gelöst bekommt. Erik lurkt sich dann auch direkt auf dem System ein und so weiter, also besser geht es eigentlich gar nicht, aber es ist vor allem das, was die Entwicklung am besten unterstützt. Das heißt, wenn ihr irgendwie ohnehin schon mal überlegt habt, hier einen Spendenpfad aufzumachen, warum nicht gleich darüber, dann geht es genau an die richtige Stelle und ihr habt auch noch was davon. Vielleicht noch ein kurzes Wort zum Webplayer. Das ist so ein bisschen unser Problemfeld. Klar, der kann Kapitel marken, der kann die Deep Links, wo ich gleich nochmal was zu sage, aber es ist leider so ein bisschen das hässliche Entleid in unserem Development. Da ist sozusagen genau überhaupt nichts passiert im letzten halben Jahr. Und auch der Webplayer 3, den wir da so haben, wird wohl auf ewig eine Beta-Version bleiben. Wie es da jetzt genau weitergeht, wissen wir nicht. Das ist gerade so ein bisschen in der Diskussion. Da ist halt einfach derzeit niemand dran. Und wir sehen das halt nicht, dass wir eben diese alte Version irgendwie in eine Richtung bewegt bekommen, wo es wirklich einen riesigen Unterschied macht. In der 2.4er-Beta gibt es jetzt die Möglichkeit, auch den Podigy-Player mit einzubauen, um einfach da auch ein bisschen frischen Wind mit reinzubekommen. Wir beobachten das gerade und schauen mal, es liegt halt einfach am Ende alles da. Gute Nachricht ist, dem Subscribe-Button geht es nach wie vor ganz gut. Wer das nicht kennt, das ist halt einfaches Abonnieren von Podcasts im Web. Hier kann man halt schnell mal eben seinen Podcast mit einem beliebigen Client schnell abonnieren. Wir pflegen ein umfangreiches Verzeichnis aller existierenden und unterstützten kompatiblen Podcast-Clients, beackern auch diese Developer. Das ist nicht immer ganz einfach, aber wenn da halt irgendwas nicht geht oder ein neuer Client kommt, dann weisen wir dir darauf hin, so hier, hör mal, bau doch mal das und das ein, dann können wir euch sofort mit integrieren. Normalerweise installiert man sich das Ding direkt aus der Cloud, das heißt, er wird einfach eingebunden. Im Publisher ist das natürlich gleich mit drin. Wenn ihr einen Podcast habt auf WordPress ohne den Publisher, könnt ihr das mit so einem anderen Plugin machen, wo nur der Subscribe-Platten eingebunden wird oder für kleine Verzeichnisseiten oder so geht das auch wunderbar. Oder man hat auch die Möglichkeit, natürlich sich das von GitHub runterzuladen und selber zu installieren, wenn man da aus Datenschutzgründen oder anderen paranoiden Vorstellungen ein Problem mit hat, die ich auch nachvollziehen kann, dann ist das sozusagen auch ein Pfad, aber dann muss man sich sozusagen auch selber darum kümmern, das immer aktuell zu halten, was sinnvoll ist, weil ihr wollt natürlich auch die Bugfixes haben und vor allem auch die Verbesserung der Podcast-Client-Datenbank. Der sieht mittlerweile auch ganz hübsch aus. Man kann den beliebig gestalten mit Rähmchen oder ohne Rähmchen und inverse und mit Farbe setzen und groß und klein und viereckig und breit und alles ist schön und mit Podcast-Cover oder ohne. Und so stellt sich das dann da. Man klickt halt drauf, man kriegt nochmal die Verifikation. Hier, hör mal, da geht es um den Podcast mit der und der Beschreibung. Übrigens, ich habe herausgefunden, auf welchem Device du bist, mit welchem von diesen Clients auf dieser Plattform möchtest du den gerne abonnieren. Und dann sollte halt mit dem nächsten Klick im Prinzip die fertige Feed-Adresse übergeben worden sein. Und man kann dann einfach genau an der Stelle in seinem Podcast-Client, mit dem man ohnehin schon arbeitet, weitermachen. Wenn man den noch nicht installiert hat, kann man von da auch direkt meistens den App Store oder Google Play Store oder was auch immer die Webseite aufrufen, die einem eben das Ding dann installiert. Hat eine ganz gute Akzeptanz. Frage an Ben. Hast du da irgendwie eine Ahnung, wie weit? Genau, ich wollte jetzt mit irgendeiner Zahl beeindrucken. Das Ding ist, wir machen nicht wirklich jetzt im Hintergrund eine intelligente Statistik. Das hat einfach den Grund, wir liefern das sehr simpel aus. Es gibt da kein Tracking in gar keiner Form. Also manche wollen ja den lokal installieren, weil sie Angst haben vor Tracking. Kann ich ja verstehen. Machen wir aber nicht. Haben wir eigentlich auch gar nicht im Sinne. Wir überlegen natürlich, wie wir diese Statistiken vielleicht etwas einfacher generieren können, als das Ben dann immer irgendwie durch Logfiles durchhusten muss. Es sind viele hundert Podcast-Seiten, die ich schon gesehen habe, wo dieser Button prangt. Und unser letzter Scoop war ja, dass wir im Deutschlandfunk auch dazu bekommen haben, auf den offiziellen Deutschlandfunk-Seiten den Button zu benutzen. Was auch sinnvoll ist. Es gibt auch diverse professionelle aufgestellte Podcaster, die das schon machen. Und vor allem natürlich auch Podcast-Verzeichnisse. Also wer in irgendeiner Form Podcast-Übersichten macht, wo Feeds bei rausfallen, warum nicht diesen Button verwenden? Dafür ist er da. Genau. Dann vielleicht nochmal so als Anregung auch für die Developer unter euch oder hier hinter den Bildschirmen, wer auch immer das jetzt gerade sieht, nochmal so die Erinnerung, was wir noch machen. Wir versuchen ja auch ein paar Standards zu setzen. Einer davon, das ist in gewisser Hinsicht so der erfolgreichste, ist so der Hinweis, dass es da einen Standard gibt im Internet, nämlich den RFC 5005 Standard, die sogenannten Paged Feeds, die es ermöglichen, vollständige Podcast-Archive anzubieten. Und das ist wirklich so etwas, wo ich kein Verständnis dafür habe, wenn die Podcast-Clients das nicht einbauen, weil es ist einfach total simpel. Was ist das Problem? Das Problem ist, diese Feeds, die wir anbieten, die dürfen einfach eine gewisse Größe nicht überschreiten, sonst wären sie einfach unhandlich. Ich habe irgendwann mal durch einen Konfigurationsfehler meine dicken, fetten Podcasts irgendwie mal so einmal auf alles gemacht. Ich habe das Gefühl, das ganze Internet ist explodiert, weil innerhalb von Stunden irgendwie alle nur noch schrien, mein Kleinen geht nicht mehr, weil die sich einfach, weiß nicht, die werden, die Entwickler testen das einfach nicht, wenn da irgendwie auf einmal so 5 Megabyte Feeds auf sie einschlagen. Die haben das so mit den üblichen kleinen Mini-Feeds getestet, aber sobald da mal so eine riesige Datenwolke auf sie zurollt, dann geht halt irgendwie alles aus dem Leim. Das ist natürlich nicht schön, da kann ich auch nichts dran ändern. Man muss halt einfach mal sagen, es ist jetzt nicht geboten, Tonnen-Feeds auszuliefern. Und die Lösung sind halt diese Page-Feeds, die einfach eine Verkettung von Feed-Seiten sind. Manche Podcast-Clients unterstützen das heute auch schon. Das heißt, man hat den ganz normalen Subscription-Feed wie bisher. Es ändert sich sozusagen nach außen in gar nichts, nur dass da halt ein Zeiger drin ist und sagt, übrigens, es gibt noch mehr und hier ist nochmal ein Feed-Dokument, da sind die nächsten Episoden und das sind nochmal die nächsten bis zur letzten Seite. Und der Podcast-Clients kann da einfach zwischen diesen URLs hin und her marschieren und hat alles. Das ist kein Voodoo, das ist nicht wirklich schwierig, das kann man schon mal machen. Und vor allem sollte man das machen, gerade im Hinblick darauf, dass viele ja nun ohnehin ihre eigene Cloud bauen und da ist es dann wirklich gar kein Thema. Ein Standard, den wir auch noch gemacht haben, ist dieses Deep-Linking. Warum kann man nicht direkt auf eine Zeitmarke verweisen? In Podlove-Feeds ist ein Hinweis drin, Ach übrigens, hier, wenn du diese URL nimmst und da noch eine Zeit dranklatscht, dann hast du diesen Link. Das heißt, jede Podcast-App kann sich einfach mal eben so einen Link zusammenbauen. Es steht alles im Feed drin. Es ist kein Voodoo. Man muss nur in der Lage sein, eine Zeit in Zeichen zu formatieren, was ja nun wirklich seit 50 Jahren gelöst sein sollte, das Problem. Und fertig ist der Link, den man sharen kann. Da muss man auch keine eigenen Webseiten für aufsetzen und alle nochmal die eigene Cloud jetten mit dem eigenen Player. Das geht halt so. Noch zwei, drei Ideen, wohin wir denken, was wir gerne noch tun würden. Wo wir denken, wo es einfach sehr, sehr, sehr einfach wäre, sehr viel Wert zu erzeugen. Feedback. Alle wollen es haben, alle wollen es geben, aber es gibt irgendwie einen Medienbruch. Weil wir haben irgendwie das Smartphone in der Tasche und die Bluetooth-Kopfhörer auf und laufen durch den Wald. Und dann kommt so diese Stelle, wo was Falsches im Internet gesagt wird. So, ja, was hält mich eigentlich davon ab, kurz anzuhalten, auf Pause zu drücken, das Telefon rauszunehmen. Und der Podcast-Player hat in dem Moment einen großen Button Feedback. Weil im Feed drin steht, hier ist Feedback nicht nur gewünscht, sondern ich kann dir sogar sagen, wie du es schickst. Ja, und dann spricht man da einfach irgendwas rein und sagt, save. Und dann geht eine E-Mail mit Audio raus. Oder eine E-Mail mit Text. Oder, wenn das Backend das unterstützt, einfach direkt per HTTP, schwupps, abliefern. Schön maschinenlesbar und dann erscheint es vielleicht schon, bevor man seinen Waldlauf beendet hat, in den Kommentaren. Muss doch nicht immer alles so schwierig sein. Würden wir gerne machen, brauchen wir einfach Kooperation und Leute, die uns da auch so ein bisschen drücken, das auch mal wirklich zu Ende zu bringen. Öffentliches und privates Feedback kann man natürlich dann auch noch auswählen. Noch wichtiger, meiner Meinung nach, Streaming-Extensions. Jetzt hat man diese ganzen Podcasts abonniert. Fünf davon senden live und man möchte gerne die Sendung live hören. Aber wo nehme ich die Information her? Naja, die steht in irgendeinem Kalender-File oder die steht auf irgendeiner Webseite. Oder es wird ab und zu mal für zehn Minuten vorher auf Twitter kommuniziert. Jetzt abonniert man sowieso schon. So die Primärquelle dieses Podcasts. Warum steht da nicht drin, wann die Sendung ist? Ja, warum eigentlich nicht? Würden wir gerne machen. Einfach reinschreiben. Es wird eine Live-Sendung geben in zwei Wochen, Mittwoch 20 Uhr. Hm. Dann kann der Podcast-Client das einfach mit der ganz normalen Aktualisierung des Feeds einfach reinlesen. Und dann so, ach, Mittwoch 20 Uhr. Na, da schicke ich doch meinem User mal eine Notification 15 Minuten vorher. Ach, übrigens, deine Lieblingssendung ist gleich live. Willst du den Stream haben? Ja, klack, bumm. Klickt man drauf, streamen, alles super. Ja. Warum haben wir das noch nicht? So. Helfen und Hilfe bekommen. Also wir hätten ja auch ganz gerne mal Hilfe. Damit fange ich mal an. Leute, die programmieren können, sollen mal schauen, ob sie noch ein bisschen Zeit haben. Wir können so einfache Sachen gebrauchen wie so Verzeichnisintegrationen. So kleine Module. Das ist wirklich Pipifax. Wir haben auch viele fertige Ideen für kleine Module, die wir schon immer mal brauchen, wo sich aber einfach niemand findet, der mal die Zeit investiert. So Notifications. So warum, wenn ich meinen Podcast veröffentliche, warum schickt das System nicht jedem, der daran beteiligt war, eine Mail, dass der jetzt veröffentlicht ist? Ja, warum? Warum? Warum nicht? Weil es noch keiner programmiert hat. Liegt alles schon bei uns auf Halde. Wir haben so viele Ideen, die wir nicht umgesetzt bekommen, weil einfach keiner Zeit hat, sich drum zu kümmern. Wer mit Templates rummacht, wie gesagt, habe ich ja schon vorhin erwähnt, da kann man einfach schöne Seiten machen und das mit anderen Leuten teilen. Vielleicht hat auch jemand Lust, beim Subscribe-Button mitzuhelfen. Gut, da steht jetzt nicht gerade so viel an, aber es sind meistens auch Kleinigkeiten. Web-User-Interface, User-Experience. Und was uns auch extrem hilft, falls jemand so aus der Security-Branche mal so seinen neuen Static-Analyzer testen möchte. Das hatten wir neulich, hat es einfach mal jemand gemacht. Einfach mal den Code durchschmeißen. Der guckt sich das an. Hm, das sieht aus wie ein Fehler. Dann schaut man drauf so, oh, das ist ja auch ein Fehler. Zack, bumm, gibt es mal ein Security-Update. Hilft auch. So, wenn ihr Hilfe bekommen wollt oder sonst etwas zu sagen habt, wir haben die Podlove-Community. Das ist so ähnlich wie das Sendegate. Also auch so ein Discourse-System, wo man halt sich austauschen kann. Wir haben das, wir lesen natürlich auch im Sendegate mit, aber das Sendegate ist halt deutsch und wir wollten sozusagen was Internationales haben, deswegen gibt es das nochmal separat. Dort halt Feedback und Feature-Requests, nur konkrete Bugs wollen wir über GitHub sehen oder eben auch am besten gleich Code und solltet ihr fundierte Kritik oder unfundierte Lobpreisungen am Start haben, dann äußert euch doch mal so in der Öffentlichkeit, bloggt mal darüber, schreibt mal was auf Twitter und was wir natürlich besonders gerne sehen, diskutiert es doch mal in Podcasts. Ich höre da relativ wenig drüber und das finde ich mal ganz gut. So, das war's. Das war der Überblick. Ich habe fast nicht überzogen. Ja. Kommt jetzt noch ein Talk danach? Nee, wir haben jetzt Pause, oder? Nimm dir doch mal ein Mikrofon. Hier ist zum Beispiel eins. Dieses Thema Metadaten verstehe ich ja sozusagen aus der Entwicklersicht, dass man das gerne irgendwie ordentlich, sinnvoll implementiert, dass man eine gewisse Ordnung hat. Aus Producer-Sicht irgendwie auch. Aus User-Sicht. Ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben was anderes außer Kapitelmarken verwendet an Metadaten, die tatsächlich vorhanden sind. Du hast noch nie eine Beschreibung eines Podcasts durchgelesen? Du hast noch nie einen Titel eines Podcasts durchgelesen? Okay. Haken dran. Du hast noch nie geschaut, wer da noch dran teilnimmt? Gefilt hat, keine Ahnung, was du irgendwie die letzten zwei, drei Jahre ja immer gesagt hast. Ich würde gerne mal wissen, welche Podcasts gibt es zum Thema, keine Ahnung, NSU. Was hat der Tim zum Thema, keine Ahnung, Faltung von DNA-Molekülen bisher geredet? Also das sind tolle Sachen, super Anwendungen. Ich sehe das nur nirgendwo. Woran meinst du, liegt das? Oder ist das einfach ein blinder Fleck? Jetzt hast du ja mehrere Sachen auf einmal genannt, aber also diese Themenwolken ist nochmal ein Problem für sich. Das ist derzeit auch noch nicht wirklich, ich sehe niemanden, der da irgendeine Initiative verfolgt. Ich hätte da einen Vorschlag, den habe ich auch schon ein paar Mal geäußert. Ich denke, dass Wikidata das einzige nennenswerte Clearinghouse ist, um das zu regeln. Wäre im Prinzip auch ganz einfach. Also man bräuchte halt nur so einen Editor, wie man das eben bei Wikidata hat. Ich weiß nicht, wer von euch mit Wikidata schon mal ein bisschen gearbeitet hat. Aber das ist halt das Metadatenverzeichnis der Wikipedia. Das heißt, alles, was ein Wikipedia-Artikel hat, hat einen Eintrag bei Wikidata. Und damit ist halt auch relativ klar, dass sich die ID von Psychologie nicht mehr ändern wird in den nächsten 200 Jahren. Das ist schon relativ stabil. Und deswegen ist das auch genau die ID, die man verwenden sollte im Internet. Brauche halt nur einen Editor. Hätte ich gern, brauche ich so einen PHP-Hacker, der Zeit hat, dann haben wir den. Gibt es wahrscheinlich auch mehr oder weniger ein fertiges Widget. Dann baut man das ein, dann ist das im Feed. Und dann müssen wir halt mal gucken. Aber hier der Easy mit seinem Feed, der springt im Kreis, wenn das irgendwie im Feed auftaucht. Weil da wird das dann, ne? Sag mal ja. Ja. Siehst du? Mach mal einen Kreis. Also du meinst, es scheitert an dem Vorhandensein von Tools. Es ist immer ein Henne-Ei-Problem. Natürlich, solange du mit der Henne nicht ankommst, sagen alle, wozu das Ei? Und umgekehrt. Und deswegen muss man diesen Kreis, den muss man immer durchbrechen, wenn man versucht, irgendwie Standardisierungen zu machen. So, mit den Kapitelmarken genau das Gleiche. Haben auch alle gesagt, ja, hm, wozu und hm, und das ist ja so schwierig. Und wenn das keiner anbietet, dann brauche ich das ja nicht in meiner Podcast-App einzubauen. Und wenn das in der Podcast-App nicht eingebaut ist, warum soll ich es dann anbieten? So, jetzt haben wir diesen Kreis durchbrochen, weitgehend. So, ist noch nicht so ganz fertig, aber es zeichnet sich halt ab. Und niemand will mal wieder zurück zu dem Zustand, wie er vorher war. Also, klar, so kann man immer argumentieren. So, ich habe das noch nie benutzt. Ja, weil es nicht wirklich da war. So. Und dass du es weißt, dass du es haben willst, weißt du halt auch erst, wenn es da ist. Hättest du vor zehn Jahren den Leuten gesagt, so, ja, du möchtest so ein kleines, flaches Gerät, was du den ganzen Tag mit dir herumträgst, wo immer das Wetter draufsteht, und hätten dir gesagt, ne, so. Und jetzt ist alles anders. Also, das ist sozusagen, man muss halt auch ein bisschen vorausdenken können. Finde ich. Sonst noch irgendwelche Zweifel? Keine Zweifel, nur Gedankensuche. Also, ich finde es schön, zum Beispiel, habe ich ja schon gesagt, mit den Transkripten. Das ist meiner Meinung nach der nächste Hebel, der auch diese SEO-Problematik nachhaltig ändern kann. Wenn man das zum Beispiel nochmal kombiniert, auch mit diesem Wikidata-Ansatz. Wenn man einfach einen Editor hat und sagt, hier trag deine Themen dieser Sendung ein. Und das Ganze ist nichts anderes als ein Look-up auf Wikidata. Und deine Top-10-Themen, die du sowieso immer hast, die hast du mit einem Klick schon da und musst gar nicht groß suchen. Dann ist das so einfach, bei der Veröffentlichung einer Episode zu sagen, klick, 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 klick. So, dann kombinierst du das im Idealfall auch noch mit deinen Shownotes. Das heißt, du schreibst auch nicht nur, ich habe geredet über den Kompressibilitätskoeffizienten, sondern du sagst halt, hier ist die ID für Kompressibilitätskoeffizient. Und Leute, die nach Kompressibilität, und es ist ja nicht nur eine Wortsuche dann. Das ist sozusagen so ein explizites, das war hier ein Thema. Und es war nicht nur ein Thema, was in dieser Sprache sich so schreibt, in einer anderen Sprache bedeutet es irgendwie Arschloch, sondern es ist vollkommen klar und automatisch multilingual und global nutzbar und sehr einfach darzustellen. Muss man halt machen. Haben halt jetzt nicht alle so dieselbe Sicht auf die Wichtigkeit von Podcasts, wie wir das haben. Aber wenn wir es nicht machen, wer sonst? Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020